Die Primärzugangspunkte zum Tower wurden durch die Explosion zerstört. Die Pipeline ist beschädigt, aber nicht zerstört. Im Wartungshanger sind Sprungstiefel, damit lässt sich die Pipeline überwinden. Die Pipeline ist beschädigt, aber nicht zerstört. Die Pipeline ist beschädigt, aber nicht zerstört. Die Pipeline ist beschädigt, aber nicht zerstört. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Der Argent Tower wurde 2127 fertiggestellt und basiert auf einem Prototyp von Samuel Hades Forschungsteam. Er ist der gründende Erfolg der USC. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020